Ja, herzlich willkommen zu den CA-TV-News aus dem Februar. Thailand. Die Regierung fördert Cannabis als Geldernte für die Bauern des Landes. Als weitere Einnahmequelle, sagt ein Hocheingängerbeamter am Sonntag. Jeder hat das Recht, Cannabis anzubauen, indem er sich mit Provinzkrankenhäusern für medizinische Zwecke zusammenschließt, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin und fügte hinzu, dass Interessierte auch die Genehmigung der Behörden einholen müssten. Wir hoffen, dass Cannabis und Industrie-Hampf eine wichtige Geldannahmequelle für die Landwirte in Thailand sein werden. Die Ankündigung kommt, wie erwartet, nachdem die Regierung im letzten Jahr bestimmte Cannabis-Bestandteile von seiner Betäubungsmittelliste gestrichen hatte. Österreich. Die recht angehauchte Partei FPÖ verklagt ein Grazer Kunstprojekt. Etliche Wochen lang konnten Besucher das Wachsen der Pflanzen hinter einer transparenten, beleuchteten Wand beobachten. Eine tolle Kunstaktion. Ganz im Gegenteil empfand es eine FPÖ-Gemeinderätin und erstattete Anzeige gegen zwei Grazer Künstler. In der Folge bekam auch das Kulturressort der Stadt plötzlich kalte Füße und schickte eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft mit der Begründung, die Politik habe nicht wirklich gewusst, dass dort richtiges Cannabis wachsen würde. Auch von einer Rückzahlung der Förderung war sogar die Rede. Es sei grundsätzlich zu fragen, ob das überhaupt Kunst sei. In der Anklageschrift wird darauf hingewiesen, dass ja schon die Einordnung des Projekts unter dem Begriff Kunst zweifelhaft sei, zumal das Projekt wörtlich einen endenwollenden, eigenschöpferischen Gehalt aufweist. Nur die Tatsache, dass die Anlage durch anerkannte oder bekannte Künstler installiert wurde, macht sie doch nicht zur Kunst, übt sich die Staatsanwaltschaft in Kunstkritik. Die Hemp-Ambassy Vienna oder auch Hampfbotschaft in Wien beweist das Gegenteil, weil man dort seit Jahren Blühnepflanzen bewundern kann. Ohne Probleme. Doch jetzt ist der lange Arm des Gesetzes am Zug. Es geht darum, ob die harmlose Verwendung von Cannabis als Milderungsgrund akzeptiert wird. Konsumieren wollten sie das Cannabiskraut ja ohnehin nicht. Wir hoffen auf eine Anstellung, denn mir tun die beiden leid. So Kunststadtrat Günther Riegler. Jamaika. Exportvereinbarung für Cannabis beschlossen. Die Vereinbarung, gepaart mit Jamaikas erstaunlich kostengünstigen Produktionspotenzialen, bedeutet einen Cannabis-Goldrausch auf der Insel und eine endgültige Antwort auf die Lösung unerschwinglicher Versorgungsprobleme auf legalen Märkten auf der ganzen Welt. Über die Pandemie brachte die Gesetzgebung vorübergehend zum Erliegen. Entschuldigung, aber die Pandemie brachte die Gesetzgebung vorübergehend zum Erliegen. Jetzt ist die Jamaikanische Exportgesetzgebung, die voraussichtlich Mitte 2021 abgeschlossen sein wird, wieder auf Kurs und die globale Industrie braucht weiterhin eine Lösung, um Lieferengpässe abzubauen. Tatsächlich haben die Marktbelastungen durch Covid nur das Bedürfnis nach einer kostengünstigen Versorgung geweckt und die Realität aufgedeckt, dass der lizenzierte Anbau in Nordamerika, wo die Produzenten vor den Pflanzen eines Saatguts-Lizenzgebühren in Höhe von 1 bis 2 Milliarden US-Dollar zahlen müssen, nicht aufrechtzuhalten ist. USA. 37 Gesetzgeber haben einen Brief an den Präsidenten Joe Biden unterschrieben, in dem er aufgefordert wird, allen föderalen, gewaltfreien Cannabis-Straftätern des Landes eine allgemeine Begnadigung zu erteilen. In dem Brief heißt es, das ist keine Partisanenfrage. Jeder Präsident seit George H. W. Bush hat seine Begnadigungsbefugung für Cannabis-Straftaten ausgeübt. Es gibt rechtliche und wissenschaftliche Unterstützung für die Verwendung einer pauschalen Begnadigung des Krieges gegen Drogen. Die Gesetzgeber fügen diskriminierende Cannabis-Praktiken hinzu, die zu einer Art Form des systematischen Rassismus geführt haben, und drücken Präsident Biden auf seine eigenen Versprechen. Während ihrer Kampagne haben sie sich verpflichtet, alle früheren Marihuana-Verurteilungen automatisch für den Gebrauch und Besitz zu streichen, heißt es in dem Brief. Wir fordern sie daher dringend auf, allen gewaltfreien Cannabis-Tätern die Gnade der Exekutive zu gewähren. Wir freuen uns darauf, mit ihnen und dem neuen Generalstaatsanwalt zusammenzuarbeiten, um die schnell zu verwirklichen. Marokko. Medizinische Cannabis-Produktion soll legalisiert werden. Von dem weitreichenden Schritt erhofft sich die marokkanische Regierung, den verarmten Bauern in den Riffbergen zu ermöglichen, ihre Produkte auf den globalen, boomenden Märkten für Cannabis zu verkaufen und dadurch ihre Einkommen zu steigern. Zudem kann die Regierung die bisher illegalen Geschäfte endlich besteuern und damit die Staatskassen füllen. Nachdem die UN-Drogenbehörde die Pflanze von der Liste der am strengsten kontrolliertesten Betäubungsmittel gestrichen hatte, gab die regierende POD-Partei ihre zuvor ablehnende Haltung gegenüber einer Legalisierung auf. Das Gesetz, das voraussichtlich diese Woche verabschiedet wird, soll die Landwirte zudem vor Drogenhändlern schützen, die bisher den Cannabis-Markt kontrollierten. Eine nationale Cannabis-Agentur soll künftig die Produktion, den Transport und den Verkauf von Cannabis überwachen. Norwegen. Entkriminalisierung beim Gebrauch von Drogen. Das norwegische Parlament hat mit großer Mehrheit zugestimmt, den Gebrauch von Drogen zu entkriminalisieren. Das Vorbild dafür ist die Drogenpolitik in Portugal, wo eine ähnliche Liberalisierung seit 2001 als sehr erfolgreich umgesetzt gilt. Sowohl der Gebrauch als auch vor allem die tödlichen Folgen von Drogenkonsum und auch HIV-Infektionen in diesem Zusammenhang gingen dort deutlich zurück. Die Veränderung wird etwas Zeit brauchen, aber sie bedeutet einen veränderten Blick auf die Sache, sagte der konservative Politiker Stansland. Er betonte allerdings, dass die Entkriminalisierung keine Legalisierung bedeutete. Die Reform sollte lediglich dazu führen, dass Süchtige als Kranke betrachtet würden, nicht als Kriminelle. Statt zu strafen, wolle man den Leuten Hilfe und eine Behandlung zukommen lassen. Erst, falls Süchtige das Programm nicht annehmen, sollen wieder Strafen ins Spiel kommen. Nun ja. In diesem Sinne, immer schön aufpassen, bleibt gesund und lasst euch nicht alles gefallen. Bis zu den nächsten CETV News. Baba. 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 Untertitelung des ZDF, 2020